so und ein neuer tag beginnt und die sonne scheint ja in der letzten folge hier in portia habe ich ein musikgerät zusammen gebastelt kopf salat na ja dauert noch ich verstehe es nicht die sind doch richtig aber da steht keine zeit dran irgendwie komisch vom rathaus liebe bürger das jährliche portia landrennen findet diesen freitag und samstag statt wenn du interessiert bist bereite bitte ein reittier vor und registriere dich ich habe kein reittier kann also dann nicht mitmachen solle warte mal dann lass mich mal hier die panda plage habe ich das gerät ach so äh genau ich mach das mal da rein so zur baumschule gehen jawohl ich geh zur baumschule 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 da leben alle baumschule baumschule das ist aber für mich gesehen richtig so diese ähm ähm zelder wind zollmeier windweger äh äh melodie das ist echt der hammer wenn man das so hört denkt man will das wirklich funktionieren ich habe angst vor realisten die kirche hat gesagt wir sollen so wenig benutzen wie möglich schlimme dinge passieren wenn sie benutzt werden du hast vor allem angst wir haben keine wahl los probiere es einfach aus alles klar äh werkzeug platzieren lautsprecher na dann sie sind tatsächlich weg unglaublich hier ist dein lohn du hast in dir verdient das hat tatsächlich funktioniert wow vielleicht bestelle ich demnächst ein paar bei dir 500 tala 10 mal beziehung und dann jetzt da das panda maus problem gelöst ist müssen wir schnell handeln um unsere brummel zu halten die panda mäuse haben ihnen wasser und nährstoffe genommen und wir brauchen einen schnellen weg sie wieder herzustellen wir geben dir den auftrag dafür kannst du uns helfen mal sehen vielleicht danke petra sagte sie wüsste etwas von einem bewässerungssystem vielleicht solltest du mit ihr reden ok mit petra reden gut dann reden wir mit petra warum nicht und ich hatte immer noch nicht nachgeguckt was ich da für neue baupäne bekommen hatte aber gut dann reden wir mit petra dann reden wir mit petra petra wo bist du denn geblieben oder sowas in der art so ähm ne bitte wen, ich geh mal hier lang eben noch in der baumschule und jetzt bei petra drin äh äh ich mein hier in der dings im forschungszentrum oh Gott diese melodie äh ähm mann 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 so petra du süße schnuckelige hallo etwas um die bombe wieder zu überleben unsere ahnen benutzen viele ausgeklügelte bewässerungssysteme ich habe viele darüber viel über gelesen dafür brauchen wir neun nein sechs daten des da du ein bewässerungssystem baust brauchst du etwas was man einen kleinen motor nennt da habe ich was von das ist die maschine die unsere autos antreibt und einige unserer flugzeuge fliegen lässt wir wissen nicht mehr wie man sie herstellt also müssen wir sie aus den ruinen holen das ist kein ding ich habe klein motor bei mir zu hause den ein oder anderen aber glaubt nur zwei oder drei irgendwie so 23 so was hast du zwei drei oder drei dann nimm dir es dir und dann bin ich ganz schnell auch bei dir nehmen zwei oder drei wow all das sind das große dinge merkwürdig ja die brauchen wir noch extra wasser oder sowas in der art so war dann mal kleiner motor wo habe ich den kleinen motor kleiner motor keine mutter hier sind nur die anderen antiken teile das krieg ich dann auch irgendwie verteilt hier ist der zweite kleine motor das krieg ich dann auch irgendwie verteilt hier ist der zweite kleine motor das krieg ich dann für so ein topas noch mal 80 normalerweise das ist der große nein auch ein kleiner motor 4 4 4 4 immer noch 4 Das sind die alten Teile, ich bin immer noch bei 4, das hier ist der große Eiseneimer, das ist industrieller Motor, ne 4 habe ich, ich bin immer noch 2, ok, Moment, Baumpool retten, das hat Zeit, ok, das geht nicht nach, Ich habe da 4 Punkte, ich könnte mal 4 Punkte verteilen, das ist voll, das ist voll, ok, Maximal Durchhaltevermögen um 5% erhöht, Ausdauer um 2, Handwerker, 15% Chance auf reduzieren, der Materialkosten bei der Fertigung, Kostet weniger Material, Ja, kann man machen, so, was ist hier, Pflanzenguru, äh, vor dem Angeln sich identifizieren, Naja, Meister der was Viehzucht, Äh, mhm, erhöht den Faden von Bohrern und Kettensägen, ich habe noch keine Kettensäge, Reittraining, er hatte zusätzlich 25% Wachstum nach dem Reittraining, äh, hab ich so auch noch nicht, dann haben wir hier, guter Zuhörer, Chance nach Unterhaltung, ein zusätzlicher Beziehungspunkt, mhm, Nach Geschenkübergabe, 1 bis 2, so auch noch, ja, das haben wir, Mache ich einmal hier auf guter Zuhörer, und einmal ein auf Geschenk, oder wie, was haben wir hier, Geschäftssinn, Ah ja, Gegenstände können für 2% mehr Gold verkauft werden, na, das ist doch was, Jetzt ist Mache 4, in Ordnung, Gut, Ähm, ja, möchte ich gerne haben, Fotoalben, Aber ich jetzt selber habe hier noch keine Kamera, Aber ich jetzt selber habe hier noch keine Kamera, Ha, Emily, Hm, Na gut, wir brauchen noch zweimal, Den kleinen Motor, Warte mal, Gut, ich, äh, Weiß nicht, steht da was, wenn ich jetzt da unten, Ah ja, maximale Gesundheit, plus 20, jo, Kann im Museum platziert werden, Äh, 683, Die Kühe, äh, Die Kühe, äh, Kälber kommen erstmal da rein, Blu lalooli Moment, Hm, das ist schon Mittag, Mach sehen was ich hier kriege für den, Hi Pinky! Wie kann ich dich приш technisch nach Hause nehmen? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Geht es bei dir? Ja. Na, er mal hin. Plus 183. 866. Donnerwetter. Alles klar. Wettverkauf. Jupp. Jetzt haben wir 5156. Danke, Pauli. So. Ich würde sagen, das mit der Mine. Jetzt ist es ja schon etwas später. Aber ich gehe mal kurz da runter. Mal gucken, ob der andere Typ da was da liegen hat. Na, Martha? Und die hat nur Brot, Meeresalgen, Burrito und Pilzfangkuchen. Naja. Nur die drei Sachen. Ey, Pinky. Miau, miau. Ja. Na, du Schwein, hat doch hier was. Oh, ja. So. Ein Kuppa-Bahn. Dann gehe ich noch ein bisschen Holz. Was soll's. Was soll's. Und dann gehe ich da am nächsten Tag dann in die Eiermine. Brauche ich dann noch viel Eisen und keine Ahnung was noch alles. So. Das nehme ich auch noch mit. Vorgehen. Toll. Bam. Gummi. 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 Tja, die wachsen da, aber... Keine Ahnung, warum die rot sind. Was das soll? Ausroden. Hm. Na, ich konnte doch mal so eine Wasserpistole irgendwo machen, ne? Wo war das denn jetzt? Mangan-Gang-Stahl-Bahre? Mangan-Stahl-Bahre? Warte mal. Ne. Das war nur der Karbon-Stahl-Bahre. Aber kein Mangan-Gang-Gang-Gang-Gang-Gahl-Gahre. Ne. Ähm. Ha. Ich würde mal sagen, ähm, da ist die kleine Holzkiste, da brauche ich nur Holz für. Und für diese Metallkiste brauche ich Bronzeplatten noch extra, naja, 129 Kisten, ja klar, nö, gib mal mal 3 oder 2, genau 2 ist die neue 3 oder so. So, die packe ich hier hinter irgendwo. Moment, ne, dichter geht es da nicht, es geht nur hier. Okay, warte mal, die kann da ein. Dann würde ich sagen, erstmal die Sachen so rein, um dann später das nochmal wieder zu ändern. Und dann, so, äh, der kleine Motor kann auch nochmal kurz da mit rein, also. So, und 3 Eier wieder einmal. Ähm, gut, ich brauche im Moment keine. Und hier gibt es nur salzige gegrillte Katzenjau und das geröstete Fleisch. 15 pro Sekunde nur für 5 Sekunden, naja, und GP30 plus. Ähm, genau, ich kann nochmal eben gucken, was ich da nochmal bekommen habe. Also, naja, dieses Töpf, 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 Alter, Halleluja. Da brauche ich auch einen kleinen Motor. Die Reifen kann ich machen. Fahr, ah, ja, 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 ja. Da, Fell brauche ich 4 mal Leder. Aber gut, da habe ich so viel von den Dingen jetzt, irgendwie, das müsse auch dann machbar sein. Könnte ich vielleicht demnächst mal machen, mal versuchen. Ähm, okay, das war das. Einfacher Ofen, weil das haben wir ja, da ist ein Mixer. Mit der Montage, die Faktion montieren. Okay. Holzkohle mal 4. Schleifklinge mal 2. Aha, aha, okay. Ein Kochset. Auf dem Arbeitsplatz Level 2 fertigen. Steine, daraus kommt, äh, Steinziegel. Dann haben wir eine Eisenpfanne. Die muss ich hier stellen. Gummifruch, Eisenerz, äh, Marmordiele. Marmor, okay. Gut, ich mach mal die Kochstation-Dingspunkts hier erstmal. Alles klar. So, wow, Eisenpfanne. Genau, ich baue erstmal die erste Eisenpfanne. Wenn es eher möglich ist. Mh. Warte mal, Estus. Hier noch nicht. Eisen, da ist Eisenpfanne. Genau. Zack. So, das haben wir schon mal. Zack. Der ist abgehakt. Oder das ist abgehakt, wie auch immer. Dann brauche ich Steinziegel mal 6. Steinziegel mal 6. Was sagen denn meine Kisten? Äh. Steinziegel mal 6. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Steinziegel mal 6. Äh. Wo sind die denn die Steinziegel mal 6? Da unten. Steinziegel habe ich 37. So. Zack. Und das andere waren die Marmordielen. Drei Stück. Marmordiele. Ähm. Wo gibt es hier Marmordielen? Hier nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Lalalalalalalala. Hier sind nur Möbel. Da ist diese Schleifklinge, die ich dann noch brauche demnächst. Hier ist die Sprühflasche. Da brauche ich aber... Äh. Pig. Wo kriege ich denn Pigmente her? Warte mal. Ach, vom Mixer. Alles klar. Winter Mixer 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 Mix. Ähm. Da ist Marmordielen. Wie viel waren das? Äh. Ach Gott. Warte mal. Drei. Drei Marmordielen. Eins. Zwei. Ach nee. Eins. Zwei. Drei. Drei. So. Mhm. Okay. Das heißt. Vier Stunden. Das war Wetter nach Mitternacht. Wow. Ich werde erst mal einen Pflug, äh, was trinken. Genau. Wurde gerade sagen Apfelsach, aber ich habe ja kein Apfelsach. Ich habe nur ein bisschen Wasser und in diesem Wasser ist so Zitroneis, Tee drin und so weiter. Ja. Aber ist nicht kalt. Ganz normal. Ja. Dann hätten wir hier dieses Gerät. Ich habe jetzt eine Altenpfanne. Und nächstes Mal mache ich dann, äh, Mixer, äh, so den Mixer da. Eins liegt da. Ich wollte bis alle drei fertig sind. Nein, komm her. Weg damit. So. Einen haben wir. Juhu. Äh. Na, 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 na. Äh. Hoppela. Ja, 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 ja. Ähm. Hm. Ich kann mal so eine Wandleuchte nehmen hier. Ähm. Wenn ich jetzt hier, nein. Ähm, da, 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 da. Warte mal. Eisenbahnen, ja, ja, ja. Ich muss ganz viele Eisenbahnen herstellen. Jupp Eisner, jetzt haben wir es, so, dann fülle ich das mal ganz auf hier, kann das mitarbeiten. Gut, dann, keine Ahnung, die anderen Sachen, die muss ich auch noch hier machen, irgendwas, aber gut, das kommt dann später noch, hier gibt es einen Gummireifen, Einzelsitz, das kann ich auch machen, alles klar. Ähm, für den TÜV TÜV. Dann müsste ich ja vier Stück haben, ne, wegen vier Räder und so. Wenn der Leder sitzt, dann muss ich da mal gucken, was ich da genau brauche. Äh, äh, gut. Da, 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 da. So, Nummer zwei. Ach ja, ich warte jetzt einfach mal, dann wird die Folge ein paar Minuten länger, aber das macht ja nichts. Und die Säge sägt und dreht sich, da, 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 da. Und wenn ich dann diesen Mixer habe, dann gucke ich mal, wie das mit der Farbe da Funktion nuckelt. So. Bam, ba, da, 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 da. Drei, zwei, eins, meins, so. Marmordile. Dein Ziegel. Äh, Marmordile. Ach ja, 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 ich bin ja wunderbar im Moment. So. Jupp, das ist toll. Ähm. Ich mach das mal hier neben den Grill. Grill. Koch Tutorial. Halte die Zutaten, die in das Kochset kommen sollen. Äh. Stell dich vor das Kochset und drücke den Quadrat, um die Zutat hinzuzufügen. Füge die richtigen Zutaten innerhalb der Zeit... Ach, und Zeit damit gibt's dann auch noch? Okay. Äh. Äh. Hin... Hinweis. Mehr von einer Zutat hinzufügen wird dein Gericht nicht verbessern. Die richtige Kommission von Zutaten zu finden ist entscheidend. Okay. Äh. Jedes neue Kochrezept, das du entdeckst, wird im Kochrezept Reiter aufgelistet. Du kannst dir den Kochrezept Reiter ansehen, indem du L1 drückst. Wenn das Kochen abgeflossen ist, drücke X, um dein Gericht zu nehmen. Alles klar. Toch... Äh. Kochrezept. Äh. Moment. Nix. 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 Alles klar. Das heißt, wenn wir jetzt auch was kochen... Ähm. 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 Moment. Kochset. Das andere ist jetzt... Was ist denn das? Industrielle Schneidemaschine. Schleipsäge? Aha. Okay. Eine in... Okay. Ähm. Ich wollte aber erstmal den Mixer nehmen, weil man da auch dann die Farbe mitmachen kann. Oh Gott. Ähm. Achtzehne brauche ich davon. Also da, dafür. Achtzehne. 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 Geht. Okay. Weiter geht nicht. Moment. Ein Kupferwaren. Hm. Da nicht. Das ist kein Kupferwaren. Da ist auch noch eine. Zwei. Und wenn ich jetzt noch einen hätte, das wäre super. Guck mal, hier sind ja schon mal die Zähne. Die brauche ich auch für was Bestimmtes jetzt hier. Achtzehne. Ähhhhh. Haben wir keine Kupferwaren mehr. Achtzehne. Hm. Gieht nicht so aus. Ich kann die Eier mal auf Eier legen. Das ist. Warte mal. Warte mal. So, dass ich dann. Hoppala. Die ganzen Eier auf Eier habe. Ähh. Okay. Ne. Da habe ich keinen. Hm. Kupfer. Dings. Habe. Da kann man nicht mehr. Na schön. Da muss ich noch einen Kupferwaren herstellen. Ähm. Da sind auch noch Eier. Eier, Eier. Wir brauchen Eier. Ha. Ähm. Gut. So. Dann habe ich da jetzt Achtundzwanzig. Ahja. Wow. Ähm. Okay. Kupferwaren herstellen. Eier. Brauche ich nur. Eier. 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 Gut Leute, ich bin auch schon hier bei knappe 40 Minuten, dann sage ich danke, dass du heute dabei warst und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Also, ich denke mal es gut und ja, bye bye.